Was ist die Nachfrage der ELA Engineering? Unser Senior, unser Founder Bernhard Albers ist angefangen Sehcontainer zu kaufen und zu modifizieren. Das Wissen, was wir da erlangt haben, projizieren wir auch in den Bürocontainer rein. Wir schaffen jetzt eigene Produkte, eigene ELA Container Engineering Produkte und bieten die unserem Kunden an. Bei der ECE bieten wir dem Kunden natürlich Sehcontainer an, Modifikationen von den Sehcontainern, bieten dem Kunden Sonderlösungen im Bürocontainerbereich an, die wir sonst in der ELA Container Gruppe nicht darstellen können. Und was neu ist mit der ELA Engineering, wir bieten auch, was wir im Namen haben, ein Engineering an. Das heißt, wir planen für den Kunden seine individuellen Container und bringen die zu Serienreifen. Die Vision hinter der ECE ist, dass wir in zehn Jahren der europäische Marktführer für Spezialkontainer sind. Ein typischer Arbeitstag bei der ELA Container Engineering ist für mich morgens ein Produktionsrundgang, bei dem ich verschiedene Sachen auf Sicht prüfe. Dann im Anschluss Absprachen mit der Produktion, mit eigener Produktionskontrolle, auch mit dem Wareneingang. Im Anschluss kümmere ich mich dann eigentlich um das Engineering Team und dann neben dem Operativen auch die strategischen Themen zusammen mit unserem kaufmännischen Leitermein auf Top-Off. Wir hatten zu Beginn uns stark darüber unterhalten, in welche Branchen wir uns entwickeln möchten. Im Bereich Elektromobilität möchten wir an dem ganzen Wasserstoff-Hype teilnehmen. Das sind meistens Spezialkontainer, wo Elektrolyseanlagen eingebaut werden oder Wasserstofftanks. Das möchten wir in Richtung Plattformen entwickeln. Wir merken jetzt schon, dass dieser Trend zu individuellen Containern die nächsten Jahre anhält. Die ELA Container Engineering wird die Idee, die unser Founder Bernhard Albers hatte, weiterführen und ausbauen. Das war die ELA-Mod Dieses Jahrnads. Das war der ELA-Modelle Bildung. Das heißt, wir wollen in Richtung Plattformen gehen, wie in Richtung Plattformen часть. Der ELA-Modelle zu sein. Das ist ein Wahl in Richtung Plattformen. Der ELA-Modelle des Leiters in Richtung Plattformen.